Wie soll ich mit taubblinden Menschen sprechen? Menschen, die mit dem Gehörlosen kommunizieren möchten, können dies auf verschiedene Weise tun. Techniken wie signierte Sprachen, angepasste Zeichen, Verfolgung und Übergabe können verwendet werden. Ein alternatives Kommunikationsmittel ist der Druck auf der Handfläche, mit dem Taubblinde mit der Öffentlichkeit sprechen können. Darüber hinaus muss man bei der Kommunikation mit taubblinden Menschen auf die üblichen Etiketteregeln achten. Diejenigen, die taub und blind sind, fallen gewöhnlich in eine von vier Gruppen, völlig taubblind, schwerhörig, taubblind oder blind, taubblind. Diese Gruppen beziehen sich auf den Schweregrad der Störung, da eine taubblinde Person überhaupt nicht oder nur sehr wenig hören kann. Diese Informationen sind wichtig, da sie sich auf die erforderlichen Kommunikationsmittel beziehen können. Signierte Sprachen können ein Ausgangspunkt sein, um mit taubblinden zu sprechen. Diese finden sich oft auf der ganzen Welt, mit Beispielen in Englisch, Spanisch, Französisch und Mexikanischsprachigen Ländern. Jedes Wort wird durch ein anderes Handsymbol dargestellt, und dies kann eine praktikable Kommunikationsmethode für Menschen sein, die taub oder schwerhörig sind und eine eingeschränkte Sicht haben. Die Gebärdensprache kann neben visuellen Methoden auch mit taktilen Mitteln geführt werden. In diesem Fall legt die taubblinde Person ihre Hände auf die Hände des Unterzeichners, um Formen und Bewegungen zu spüren. Wenn sie die Hände des Unterzeichners fühlen, kann diese Person die Botschaft deutlicher verstehen als die visuelle Gebärdensprache. Bei taktiler Gebärdensprache müssen möglicherweise Gesichts- oder Körperausdrücke, die häufig zur Vermittlung von Bedeutungen verwendet werden, buchstabiert werden. Ein Lächeln, das zum Beispiel routinemäßig Humor zeigt, muss möglicherweise für Menschen mit Taubblindheit persönlich unterschrieben werden. Dies wird als Fingerspilling bezeichnet, bei dem jedes Wort mit Handbewegungen geschrieben wird, die alphabetischen Buchstaben entsprechen. Fingerspilling ist möglicherweise leichter zu erlernen als die Gebärdensprache, da nur eine bestimmte Anzahl von Zeichen vorhanden ist. Eine andere Methode, die zur Kommunikation mit tauben Blinden verwendet werden kann, sind angepasste Zeichen. Dies wird im Vereinigten Königreich häufig als visuelle Rahmensignatur bezeichnet und bezieht sich auf die Zeichensprache, die innerhalb des verbleibenden Sichtbereichs der Person ausgeführt wird. Die Gebärdensprache kommt häufig in einem sehr kleinen Bereich und normalerweise auf Brusthöhe vor. Tracking kann eine Kommunikationsmethode für taube-blinde Menschen mit eingeschränkter, aber nutzbarer Sicht sein. Dies ist eine Technik, bei der die Person das Handgelenk oder den Unterarm des Unterzeichners hält und gleichzeitig die Unterzeichnung beobachtet. Eine ähnliche Technik ist Hand über Hand oder Hands-on-Signning. In diesem Fall legt der Empfänger seine Hände leicht auf die Hände des Unterzeichners und liest die Nachricht durch Berührung und Bewegung. Wenn Gebärdensprache keine Option ist, kann eine Person mit Gehörlosen und Blinden mit einem Ausdruck auf der Handfläche sprechen. Dazu druckt eine Person mit der Fingerspitze große Druckbuchstaben auf die Handfläche der taubblinden Person. Jeder Brief wird an derselben Stelle auf der Handfläche platziert, um Verwirrung zu vermeiden. Taubblinde können diese Methode zur Kommunikation mit der Öffentlichkeit verwenden. Einige allgemeine Regeln der Etikette können auch wichtig sein, wenn sie mit tauben Blinden sprechen. Zum Beispiel kann man die Aufmerksamkeit einer tauben und blinden Person auf sich ziehen, indem man leicht ihre Hand berührt. Es ist auch akzeptabel, eine taubblinde Person nach der Kommunikationsmethode zu fragen. Gäste möchten möglicherweise Hemden tragen, die sich von ihren Hauttönen abheben, um sich von einer taubblinden Person klarer abzuheben. Eine taubblinde Person sollte immer über das Ende des Gesprächs informiert werden, und es sollte ein Unterstützungsdienstleister gefunden werden, um sicherzustellen, dass die Person sicher und komfortabel bleibt.